Willkommen Willkommen zu einem neuen Teil Ori and the Will of the Wisps Wie immer, wir gehen auch direkt gleich rein Und schauen, welche Abenteuer heute auf uns warten werden So, wir sind hier in Kowalox Tal Okay So, ah ja, stimmt, genau, letztes Mal waren wir hier Und wir haben noch nicht mit Twillen gesprochen Das wollten wir heute machen, also machen wir das jetzt Ja, ich bin hier Ja, ich bin hier Ja gut, dann scheinen wir bei ihm hier wieder etwas kaufen zu dürfen, wir gucken mal, wir haben 369, eine zusätzliche Energiezelle, eine zusätzliche Vitalität, mehr Schaden Flieg, Gegner, Bonusschaden, Überladung und Tausch, maximale Gesundheit gegen, wahrscheinlich maximale Energie, ok. So, dann gucken wir uns noch die Verbesserungen an, 10% weniger als nur Schaden, und das kostet 400, also die Frage ist, nehmen wir eine Verbesserung, oder nehmen wir eine neue Fähigkeit, sozusagen. Ah, ich hätte auch hier direkt wechseln können, ok, gut zu wissen, gut zu wissen, Bonusschaden, und die, die hier, die finden wir ja wahrscheinlich auch so in der Welt, geh ich mal davon aus, sicher bin ich mir nicht, aber ich geh davon aus, ich geh davon aus, sicher bin ich mir nicht, aber ich geh davon aus, das ist einfach nicht so, aber ich geh davon aus, ich hab mir vielleicht Also das einzige was halbwegs interessant wäre momentan, finde ich, wäre entweder das hier oder das hier. Und hier drüben hätten wir eh nur die Wahl des 10% weniger Schaden. Ja komm, wir nehmen das. Weniger Schaden ist immer gut, wir nehmen das. So, muss ich nur gucken, muss ich da jetzt noch irgendetwas machen oder nicht. So, die haben wir ja... Ja, die haben wir drin, das heißt, das funktioniert alleine, okay. Woah, uh, uh. Bist du irgendwie... Ja, 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 ja. Ich mag euch auch alle, ist okay. Ähm, Moment. Okay. Au, 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 au. Ah, halt. Das Zeug sollte man vielleicht mitnehmen. Ah, da hinten ist eine. Okay. Wo? Die Moki wieder, okay. Ja komm, dann sprechen wir... Dann sprechen wir kurz mit den Moki. Die Geisterprüfung. Aha. Aha. Schreien, Geisterprüfung, Wächter des Sumpflandes, okay. Alles... Ziemlich interessant. Ah! Ich wusste es. Ihr wollt mir alle nur wehtun. Dabei habe ich euch gar nichts getan. Dabei habe ich euch gar nichts getan. Ja, hier, noch einmal. Da ist so ein Ding ins. Nämlich. So, dann... Ähm. Aha. Ah. Wir lassen wieder Wasser ab. Okay. Ähm. Ähm. Die Musik ist cool. Kommen wir ab. Oder... Kommen wir... Kommen wir... ...hier irgendwie rüber? Oh. Nein, nein, nein. Ja, das war... Ja, das war... Oh, Glück gehabt. Wir sind... ...hier gelandet. Das ist... ...sehr nett gewesen, dass wir hier gelandet sind. Ähm. Ähm. Wo hat sich jetzt hier was geöffnet? Wo? Wo hat sich jetzt hier was geöffnet? Wo hat sich jetzt hier was geöffnet? Hm. Was ja hier... Gut. Wo hat sich hier... Was ist das? Kleines Pieces Ah hallo was ist Uh huh Ah Scheiben Ah 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 Ja Also hier brauche ich ein Gewicht irgendwie Ah 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 Ich kann hier nicht einfach so durch ok both Ah Ach Ah 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 Hmm. Okay. Okay. Hm, hm, hm. Hm. Okay. 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 Ich kann hier nicht mehr zurück, das ist nicht gut. Ich kann hier nicht mehr zurückkommen. Ich kann hier nicht mehr zurückkommen. Ich kann hier nicht mehr zurückgehen. Das war's für heute. 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 Ach, das wollte ich doch gar nicht. Sehr gut, sehr gut. Ah, Moment. Halt, 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 halt. Wir müssen... 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 Wow... Wowie... Wir müssen... Alle wieder ziemlich aggressiv hier. Wir müssen... 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 Oh nein. Hatte ich erwähnt, dass ich Flugdinger nicht so richtig mag. Oh nein. Ah ja, das ist so richtig. Das ist der B. Was ist das? 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 Das ist schade. Um. Uh. Wo muss ich die Bar hin? Ah, nicht in die Dornen. Wenn ich die Dornen versuche, dann kann ich die Dornen. Die Dornen werden noch nicht weitergegeben. Ich mache die Dornen. Ich habe die Dornen. Ich habe die Dornen. Okay. Hmm. Hmm. Wow. Bist du wieder da? Okay. Okay. Hmm. Er flixt. Okay. 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 Ah. Ah. Tu das nicht. Okay. 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 Aber wo? Oh! Geht's hier weiter! Geht's hier! Geht's hier! Warum komme ich da nicht mehr hoch? Geht's hier! Ah! Geht's hier! Okay! Geht's hier! Geht's hier! Geht's hier! Geht's hier! Geht's hier! Hey! Jetzt bin ich Glück! Nein, 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 nein. Oh. Aber ich verstehe es nicht so ganz. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. 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 Was ist denn hier los? Wow. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Sieht nicht so aus, als würde das reichen. Um... Okay... Mhm... Okay... 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 Äh... Kann ich das wieder ausschalten, bitte? Äh... Äh... Okay... 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 Äh... 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 Nein, nicht da runter. Ja, wieso? Manchmal ist es mir ein wenig nicht ganz, naja, weil er da gleich die Rolle macht, deswegen. Aber das will ich doch gar nicht. Oh! 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 die bahn nicht in die dinge da rein hoferscheiben aber an dieser stelle würde ich mich von euch verabschieden sonst wird die folge hier wieder zu lang und hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder wenn es euch gefallen hat lasst mir doch ein like ein abo oder ein kommentar da und ansonsten sehen wir uns beim nächsten mal auf wiedersehen bis zum nächsten mal